Hallo zusammen, heute darf ich euch den BeLonger Pro Laser für Haarwachstum von Beautifly vorstellen. Wenn ihr an Haarausfall oder dünner werdendem Haar leidet, dann seid ihr hier genau richtig. Der BeLonger lässt euer Haar wieder gesünder und dichter werden. Er ist ideal nach einer Schwangerschaft oder Gewichtsabnahme, nach einer medizinischen Behandlung oder bei Haarausfall. Bevor ich jetzt aber noch weiter ins Detail gehe, zeige ich euch erstmal, was ihr geliefert bekommt, wenn ihr den BeLonger Pro bestellt. Ihr erhaltet neben dem bürstenähnlichen Laser außerdem eine Halterung, sodass ihr ihn bequem aufstellen könnt und das entsprechende Ladekabel. In diesem Produkt kommen Lasertherapie und Radiowellen zusammen, um euer Haarwachstum nachhaltig zu fördern. Hier sorgt die Erwärmung der Kopfhaut für eine bessere Blutzirkulation, sodass deutlich mehr Nährstoffe und Sauerstoff eure Kopfhaut erreichen können. Zudem sorgt die Radiofrequenz für eine Regulierung der Talgdrüsen. Wenn diese nämlich übermäßig produktiv sind, verstopfen sie und ersticken somit die Haarwurzel. Wofür steht jetzt aber der Begriff LLLT? Low-Level Lasertherapie nutzt die Wirkung eines Lasers mit geringer Leistung. Der Laser nutzt rotes Licht, um tiefer in das Gewebe der Kopfhaut eindringen zu können. Kommen wir nun zur Anwendung. Der BeLonger Pro kann ganz einfach von zu Hause aus angewendet werden, ohne dass vorher ein Arzt konsultiert werden muss. Am besten verwendet ihr den Laser dreimal pro Woche und das für jeweils 15 Minuten. Vorzugsweise an jedem zweiten Tag, so wie Montag, Mittwoch und Freitag. Die Haare als auch die Kopfhaut sollten frisch gewaschen sein, ohne Produktreste. Drückt und haltet die Einschalttaste für wenige Sekunden, um das Gerät zu starten und dann könnt ihr die Laser- und Radiowellenfunktion wählen. Setzt den Laser am Haaransatz an und bewegt ihn vom Scheitel bis zum Nacken, genau wie beim Normankern. Wiederholt den Vorgang, bis der automatisierte Timer das Gerät nach 15 Minuten von allein abschaltet. Kommen wir nun zum Fazit. Warum überzeugt der BeLonger Pro? Die Geräte von Beautyfly sind nicht nur für den Eingebrauch geeignet, sondern werden auch in professionellen Salons angewendet. Sie sind zertifiziert und somit sicher für eure Gesundheit. Der BeLonger besteht aus hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel eine Titanbeschichtung, wodurch er viel robuster ist. Durch die Verwendung modernster Technologien hat der BeLonger eine viel höhere Pflegewirkung als herkömmliche oder ähnliche Produkte, die es auf dem Markt gibt. All das wird dadurch bestätigt, dass das Produkt das Abzeichen Premium Beauty Amazon trägt, welches nur den exklusivsten und ausgewählten Beautyprodukten vorbehalten ist. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass die Technologie sicher und nicht invasiv ist. Bei mir wurden keine Schmerzen oder Unbehagen verursacht. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal hier bei Beautyfly.